In diesem Tutorial zeige ich Ihnen, wie Sie die Regelvorlage IDC005, horizontaler Abstand von viereckigen Komponenten, anwenden. Diese Regelvorlage kann prüfen, ob der Abstand vorne-hinten oder seitlich meinen Parametern entspricht. Dabei kann ich für die Abstände vorne und hinten unterschiedliche Abstände definieren wie seitlich. In diesem Beispiel werden wir prüfen, ob die Parkplätze seitlich und vorne genügend Abstand aufweisen. Wir haben hier modellierte Parkfelder, sowie Fahrgassen, Stützen und Wände. Als erstes wechsle ich unter Datei und gehe in den Rules Manager. Die Regel befindet sich unter IDC Common Rules. Und ich erstelle jetzt einen neuen Regelsatz. Ich ziehe die Regel in den Regelsatz. Ich kann nun meine Parameter einstellen. Als erstes vergebe ich einen Namen. Ich möchte nun die Abstände seitlich prüfen. Dann wähle ich die Komponenten, also in diesem Fall sind das Räume. Ich suche in der Liste meine Räume. Und ich möchte die Senkrechtparkfelder prüfen. Ich gehe auf den Eigenschaftensatz. Die Parkplatzausrichtung ist bereits selektiert. Ich wähle mit einer von aus. Und wähle dann zum Schluss die Senkrechtparkfelder aus. Bestätige zweimal mit OK. Und nun wähle ich die Stützen aus, da ich ja den Abstand von den Parkfeldern zu den Stützen prüfen möchte. Ich wähle in der Liste die Stütze aus, muss keine weiteren Eigenschaften vergeben. Hier kann ich definieren, ob der Abstand vorne, hinten oder seitlich sein soll. In unserem Fall ist das jetzt seitlich. Der erforderliche Abstand beträgt 20 cm. Wenn ich möchte, kann ich auch eine minimale absolute Überschneidung definieren. Oder eine minimale Überschneidung im Prozent. Also eine relative Überschneidung. Ich lasse das jetzt mal so und gehe zurück ins Überprüfen. Dann überprüfe ich das Modell und schaue mir die Resultate an. Ich nehme hier ein Parkfeld und schaue mir das Resultat an. Ich sehe nun im Prüfresultat, dass ich eine Stütze in diesem Abstand, den ich definiert habe, von 20 cm, bis sich da eine Stütze befindet in der Nähe des Parkfelds. Als nächstes möchte ich auch noch prüfen, ob die Parkfelder vorne und hinten genügend Abstand zu Wänden haben. Dazu wechsle ich wieder in den Ruleset Manager und kann mir nun meine Regel kopieren. Ich füge die wieder ein, vergebe einen neuen Namen und sage mal hier zu Wänden vorne-hinten. Die Parkfelder, die belasse ich so, aber nun wechsle ich von Stützen auf Wände. Ich wähle die Wand aus, klicke OK und nun vergebe ich den Abstand vorne-hinten und den seitlichen Abstand stelle ich auf 0. Ich wechsle wieder zurück ins Überprüfen, lasse die Prüfung nochmal durchlaufen und kontrolliere meine Resultate. Auch hier sehe ich, dass nun geprüft wurde, ob das Parkfeld vorne genügend Abstand hat. In diesem Fall ist das Parkfeld bis zur Wand modelliert und weist dementsprechend keinen Abstand zur Wand vorne auf. So können sämtliche im Grundriss viereckigen Komponenten unterschiedliche Abstände geprüft werden.